Es ist Zeit, euch zu erzählen, was Conor McGregor in seinem bislang letzten UFC-Kampf im Juli 2021 gegen Dustin Poirier in Las Vegas verdient hat. Ihr wisst schon, der Fight, in dem sein Bein in der ersten Runde brach und zu diesem Interview-Klassiker geführt hat. Your wife is in my DMs, hey baby, hit me back and we'll check it like alone. We'll be at the Latter-Party, the real new club, baby. Seitdem offiziell bekannt gegeben wurde, dass der ehemalige Champ-Champ gegen den früheren Bellator-Champion Michael Chandler als Coach der nächsten der Ultimate Fighter Staffel antreten wird, häufen sich die Gerüchte zu einem diesjährigen Comeback ins Octagon McGregors. Der wahrscheinlich fürs Weltergewicht eingesetzte Superfight zwischen dem bekanntesten UFC-Kämpfer aller Zeiten und dem aufgrund seines feurigen Kampfstils auch sehr beliebten Michael Chandler dürfte sich ziemlich sicher in die Liste der Top 10 verkauften Pay-Per-Views der UFC einreihen, die aktuell von McGregor angeführt und dominiert wird. Du willst wissen, wann dieser Kampf stattfinden wird, was sich bis dahin noch ergibt und wessen Frau diesmal in McGregors DMs leidet? Dann like diesen Beitrag, abonniere uns und sei gespannt auf weitere News, Facts und Rumors rund um den Sport, den du liebst.